und ein herzliches willkommen zurück zu einem neuen gegner hier bei pokémon tactics auf nintendo switch bis gleich so wir haben einen gefunden hoffentlich netten gegner gruppe c5 charon aus amerika mit bluback mal gucken ob ich auch wieder sagen kann willkommen gruppe c5 willkommen zurück ach ja keine attacke geht durch ach ja ich sehe nur noch feuer überall feuer okay wo bin ich weit oben gibt es da nicht ok auch lexen stoff nur chance gibt es ja nicht vielleicht war es damit gehört war eine falsche entscheidung ich weiß auch nicht mimimi ok na gut willkommen zurück gruppe c5 endlich wieder mal eine neue gruppe leider nicht weiter oben ok jetzt geht es wieder irgendwie aufwärts zu kommen danke auf jeden fall fürs zuschauen vielleicht entscheide ich mich doch wieder um mit dem partner pokémon mal schauen bis dahin viel spaß auf jeden fall noch hier auf youtube und auf meinem kanal ich hoffe wir sehen uns trotzdem beim nächsten kampf wieder und vergesst kein daumen hoch und ein abo bis dann tschüss bis dann ja ich